Herzlich Willkommen zum Stuttgarter Lyrik-Cast in Farbe der Stadtbibliothek Stuttgart. Michael Vogel an den Mondfisch Gelesen von Götz Schneider Gezeichnet von Hanna Wenzel An den Mondfisch Mit aus dem Meer ragender Rückenflosse Mimst du senkrecht schwimmend einen Hai Du hast Humor Kippst zur Seite Treibst auf dem Wasser Ein Auge im Himmel Das andere in den zerwühlten Tiefen der See Ihren Strömungen Träumen Die Menschen Nennen dich hier Mondfisch Dort Sunfish Sie widersprechen einander nur Du aber Bist eine Insel Während die Sterne sich dir eintätowieren Willst du die Bucht deines Mundes einfach nicht wieder zubekommen Alles hat Zeit Als plötzlich ein Fischerboot auf dich zugefahren kommt Die Zeit nicht mehr ausreicht Deinen Mühlsteinkörper wieder aufzustellen Um wegschwimmen zu können Die Fischer Zerrent dich Stundenlang An Bord Für Ulrike Almuth Sandig Michael Vogel ist 1975 in Bad Säckingen geboren und lebt in Berlin 2019 erhielt er das Stipendium für Schriftsteller des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst des Landes Baden-Württemberg Nachdem Vielen Dank.